Hallo Leute, so, heute habe ich mal ein Problem beim Arnet A8. Ich benutze ihn immer noch, weil so das mein erster Lieblingsdrucker war, den ich so richtig hatte, mit dem ich richtig viel gedruckt habe. An dem werde ich wohl auch länger festhalten. Wenn ihr ein neues Filament einfügt, habt ihr vielleicht auch mal das Problem, ihr steckt das hier rein, drückt hier den Knopf runter, aber trotzdem trefft ihr hier unten drin hinter dem Ventilator nicht das Loch, um es in den Druckkopf rein zu bekommen. Also kommt einfach nicht weiter durch, wird nicht richtig eingefädelt. Problem dann, wir müssen immer den Lüfter abschrauben und dann gucken, dass wir es eingefädelt kriegen, dann springt das hier raus und dann schrauben wir den Lüfter wieder an, um nur ein Filament zu wechseln. Das nervt mich tierisch und da gibt es inzwischen, also nicht inzwischen, da gibt es eben auf Thingiverse mehrere Teile zum Ausdrucken. Ich habe mir jetzt mal das Einfachste rausgesucht, wo der Lüfter angesetzt wird und dann kann man ihn einfach hochklappen, wieder mit einfädeln und wieder runterklappen. Einige haben den Lüfter auch komplett entfernt, aber da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so die richtige Lösung sein kann, den Lüfter komplett zu entfernen. So, ja, das einmal ist die Vorgeschichte. Da würde ich euch das Teil jetzt einmal nochmal zeigen. Link zu Thingiverse findet ihr natürlich unten und danach baue ich es dann mal an und zeige euch die Funktion. So, das ist im Grunde genommen das Teil, was ich ausgedruckt habe. Ganz einfach, hier ist noch ein bisschen, wie nennt man das jetzt Support drauf, weil das so ausgedruckt wurde und dann schwebt das sonst in der Luft. Das können wir ganz einfach abbrechen, weg ist es. Also gedruckt habe ich das mit einem Ideamaker, als Slicer gesliced meinte ich und der macht echt einen super Support, der geht immer gut ab. So einen guten Support habe ich bei Cura bisher noch nicht hinbekommen. Also guckt ruhig mal bei mir in die Videos, das Ideamaker Video kann ich nur empfehlen, den mal auszuprobieren. Also ich bin mit dem sehr zufrieden, druckt er meistens jetzt eher als mit Cura sogar. Also so sieht das Teil aus. Im Grunde genommen ist es dann so, ich muss mal kurz überlegen, das kommt dann so oben ran, da wo sozusagen der Druckkopf an der Schiene dran ist. Eine Schraube wird dafür benutzt und hier sitzt dann der Ventilator drauf und dann kann man den einfach so hochklappen und kommt dann anders ran. Ich werde das jetzt gleich mal anbauen und dann zeige ich euch mal, ob es wirklich funktioniert. Ja, bis gleich. So, jetzt habe ich es angebaut, das ist vielleicht jetzt noch nicht die perfekte Lösung, weil ich habe jetzt das Teil nicht dran und das auch nicht. Das könnte ich natürlich alles hier noch mit zwischen, jetzt ist nur der Ventilator dran, aber ich habe keine, äh die Schrauben, ich habe keine langen Schrauben, dann müsste ich erstmal länger Schrauben bekommen, dass ich das alles mit anschrauben kann. Erstmal ist nur der Ventilator dran, man sollte nicht hier ran ziehen, dann bricht das hier ab, das ist mir nicht passiert. Aber wenn man jetzt hier kippt, dann hat man das hier, wie ihr seht, auf. Ich habe das hier mit anderen Schrauben gesichert. Der Motorblock ist fest, dann kann ich das einfädeln und dann wieder runter kippen und dann ist der Ventilator vor. Ob ich das jetzt noch anbringe oder nicht, muss ich mal beobachten, ob das so geht. Ich weiß sowieso nicht, ob das so sinnvoll ist, dieses Kühlding davor zu haben. Ich weiß sowieso ehrlich gesagt auch nicht genau, was er hier jetzt im Einzelnen kühlt, ob das wirklich hier oben nötig ist, weil eigentlich so heiß wird das hier glaube ich auch nicht. Aber gut, jetzt kann man den Ventilator hochklappen, wieder runterklappen. Ich finde es eine super Lösung für das erste. Dann hole ich mir vielleicht noch mal längere Schrauben, damit ich die anderen beiden Teile anbringen kann. Ja, dann vielen Dank für das Video und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, das war ein guter Tipp für euch. Bis dann und tschüss.